Affirmationen bei drohendem Burnout und als Burnout-Vorbeugung. Namaste und herzlich willkommen zum Vortrag Tipp bei Burnout. Kurzer Tipp wiederum, eine ganze Reihe über Burnout gibt es ja in unserem Burnout-Podcast von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und ich möchte eine ganz kleine Affirmation oder eine einfache Affirmationsreihe dir sagen, die ich empfehle, mehrmals am Tag zu üben, mindestens morgens beim Aufwachen und wann immer du mit dem Tag wieder beginnst. Ja, die Affirmation ist ganz einfach. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den neuen Tag. Und wenn es jetzt nicht morgens ist, kannst du es auch so formulieren. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Nachmittag. Oder wenn es abends ist oder kurz vor abends. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Abend. Oder du kannst sagen, ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf die nächste Woche. Du kannst auch sogar verbinden mit diesen kleinen Handgesten. Das hilft auch. Du kannst auch sagen, ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Jetzt diejenigen, die das nur hören, aber nicht sehen, kann ich es auch sagen. Erst gib die Hände auf über deine Brust, auf dein Herz. Ich bin. Dann die Hände etwas öffnen. Voller Kraft und Energie. Die Arme weiter öffnen und etwas nach oben. Mir geht es gut. Die Arme noch weiter öffnen nach oben. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Du kannst das ein paar Mal sagen. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Mein Tipp wäre, sage das morgens beim Aufwachen als allererstes. Es ist erstaunlich, welche Gedanken manche Menschen haben, wenn sie aufwachen. Die ersten Gedanken nach dem Aufwachen setzen die Stimmung für den ganzen Tag. Und du kannst die Stimmung selbst bestimmen. Zum Beispiel, indem du sagst, ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den ganzen Tag. Diejenigen, die meditieren oder regelmäßig Tiefenentspannung üben oder Yoga üben, am Ende der Meditation und am Ende der Yoga-Stunde, am Ende der Tiefenentspannung, wiederhole diese Affirmation. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Ich freue mich auf den Tag.